Aber es ist natürlich auch ein Spaß, wenn man jetzt halt ein historisches Material reflektieren kann, weil diese ganzen Komponisten, Bartok, Shostakovich, auch Impressionisten, Puccini, das ist doch schön, wenn man das einmal selber einbringen kann. Das ist ein riesiger Spaß auch, das muss man auch sehen, so anstrengend das Projekt war, das macht unglaublich Spaß, auch wenn dann die Ideen kommen. Vielen Dank.